Markus Krall und Linksextremisten, Gefahr für den Wahlerfolg. Ja, es haben sich offensichtlich einige Fans von Markus Krall, Marktradikalismus, Neoliberalismus in die Parteien eingeschlichen und gefährden jetzt natürlich den Wahlerfolg. Und allerdings haben wir auch etliche Linksextremisten dabei. Und die nextscientistsforfuture.de vom Weltrat als die vernünftige, bodenständige, naturwissenschaftliche, evolutionsbiologische, echte Linke müssen warnen sowohl vor den Linksfaschisten, die sind nämlich praktisch identisch mit den Rechtsfaschisten. Da geht es um Gewalt, da geht es um Diktaturerzeugung und so weiter. Und ja, letztendlich um Pseudo-Planwirtschaft, um Pseudo-Kommunismen, um Pseudo-Sozialismus und so weiter. Und das sind natürlich Irrwege. Und bei Markus Krall, wir werden jetzt also gleich erklären, warum Markus Kralls Konzepte, warum der Neoliberalismus die Ursache, also das ist ja das Paradoxe. Da haben sich also Leute reingeschlichen in die Partei, weil sie wirklich in dem Irrtum leben, irgendwie das nicht verstehen, dass genau das Markus Krall und Neoliberalismus und Marktradikalismus die zentrale Hauptursache für die Schweinegrippe und all das ist, was die Parteimitglieder beklagen, worunter sie leiden und so weiter, das wird genau durch die Dreieinigkeit von freiem Tauschhandel, freiem Markt und freier Arbeitsteilung zwangsläufig erzeugt. Bitte hier unten rechts an dem rundlichen Ding bitte schneller drehen, weil ich ja so langsam spreche. Ja, also fangen wir mal damit an, dass wir deutlich machen. Ja, Markus Krall hat an einem Punkt recht. Unser jetziger Staat ist sicherlich eine unheilvolle Mischung aus Inspirationen von Pseudo-Planwirtschaftlichen Elementen, weil man eben von echten Planwirtschaftlichen Elementen nichts versteht, von Pseudo-Kommunistischen, Pseudo-Sozialistischen Elementen, gemixt mit Elementen von Neoliberalismus und freiem Markt und freier Arbeitsteilung. Und genau das ist die unheilvolle Mischung, die genau das produziert, was wir im Moment haben. Sozusagen nämlich Schweinegrippe und andere Irrwege der Menschheit sozusagen. Ja, aber Markus Krall und seine Fans erkennen nicht, dass es genau das ist, was die Zentralursache in dem ganzen Gebräu ist, nämlich sein Neoliberalismus und seine Vorstellung vom freien Markt, freiem Tauschhandel und freier Arbeitsteilung, sind genau die Hauptursache all der Probleme, über die die Masse der Parteimitglieder ja klagt, sozusagen. Und die Linksextremisten auf der anderen Seite, die wollen sozusagen Träume umsetzen, wo natürlich eine bodenständige Linke nicht mitgeht. Und zwar diese Träume stammen alle aus den im Wesentlichen, aus den Vorteil bringenden Irrtümern der Sozialsparten. Ich fange jetzt mal damit an. Ich fange mal damit an, dass ich mal, also die Sozialspartler, stellen wir uns vor, gehen wir an den Punkt zurück in der Evolution, wo die ersten arbeitsamtähnlichen Mitarbeiter und Sozialspartler und NGOs auftauchen. So, und jetzt wollen diese Sozialspartler sozusagen, sollen ja Not der Menschen und die NGOs, die wollen uns dazu bringen, zu spenden, gegen die Not in aller Welt. So, und jetzt sagen dann die ersten Sozialspartler und Arbeitsamtmitarbeiter sagen, oh, wir müssen böse aufpassen, dass wir nicht der Versuchung erliegen, dass wir sozusagen am Ende Massenarbeitslose erzeugen und Sozialfälle erzeugen, nur damit wir genügend Arbeit haben, damit wir genügend neue Karrieremöglichkeiten haben, damit wir Vorgesetzte werden können, die dann ja auch immer ein bisschen höheres Gehalt bekommen und so weiter. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht darin reinrutschen, dass wir gegen die Bevölkerung und gegen den Staat und gegen alles arbeiten, nur um selber möglichst große Profite zu machen. Das ist ein guter, mit guter Sozialspartler, der in der Wahrheit lebt, denn er erkennt die Gefahr, die in freiem Markt, freier Arbeitsteilung und freiem Tauschhandel automatisch gegeben ist, nämlich dass jeder Teil der Gesellschaft anfängt, den Rest der Gesellschaft zu versklaven, zu seinen eigenen Gunsten sozusagen und den Rest der Gesellschaft nur noch in Kundschaft zu verwandeln. Und das erkennt schon Markus Krall nicht, dass er nicht erkennt, genauso wie die Linksextremen, die nicht erkennen, dass sie voll sind von parasitären Memen, von Killerviren des Geistes, die letztendlich nur einer Gruppierung dienen, den Sozialspartlern, Arbeitsamtmitarbeitern und NGOs und den ganzen Leuten, die tätig sind in der Betreuung der Sozialfälle, egal ob mit Migrations- oder ohne Migrationshintergrund, ohne Einwanderungshintergrund oder so oder mit, das spielt keine Rolle. Denn hier, diese guten Sozialspartler, das war am Anfang. Aber wir haben leider im Universum nicht nur das Sir Isaac Newton'sche Gravitationsgesetz oder als universelles Prinzip, sondern wir haben auch das Naturgesetz, das Sir Darwins Naturgesetz von Mutation und Selektion, Variation und Selektion. Und aus dieses Kind hier sozusagen, dieser Nachfahre oder geistige Nachfahre hier, irrt sich, der unterscheidet sich also von diesem wahrheitsorientierten Strang. Dieser Sozialspartler, Arbeitsamtmitarbeiter und NGO, also Non-Governmental Organization, NGOs, das sind diese ganzen Spenden, sammeln für die ganze Welt und für alle in der Welt und für Migranten und so weiter. Also NGOs kümmern sich um alles in der Welt, nur nicht um sie als WählerInnen. und jetzt haben wir hier also diese Sozialspartler im weitesten Sinne und der irrt sich jetzt. Und der hat den Irrtum im Kopf, nein, also wir müssen den, den ist sozial in Not geraten, den Arbeitslosen, dem müssen wir nicht wirklich helfen, und das reicht, wenn wir im Sessel sitzen und so ein paar Gelder ausbezahlen. Das reicht völlig, die finden schon selber einen Job und ansonsten sollten wir ihnen einfach viel Geld geben, entweder ein riesiges bedingungsloses Grundeinkommen oder ein riesiges Hartz IV und man sollte ihnen Kleider schenken, in Kleiderkammern, Essen schenken, in Tafeln und man sollte ihnen alles Mögliche ermöglichen, indem sie in Mülleimern, Müllcontainern rumwühlen dürfen und überall im Dreck wühlen dürfen. Dann haben sie also so viel, dass sie dann, ja, und jetzt, ja, dann können sie gut überleben. Sonst verhungern sie ja. Das ist die tiefe Überzeugung der Sozialspartler. Sozialspartler, sonst verhungern die uns ja. Da sitzt dann also ein Arbeitsloser mit 400 Kilo Körpergewicht vor ihnen und dann sagen sie, ja, der hat zu wenig Geld, sonst, deswegen verhungert er ja. Da sitzt er mit 400 Kilo vor ihnen. Ja, und das ist genau, das sind vorteilbringende Irrtümer. Denn jetzt passiert Folgendes. Jetzt wird der natürlich ungeheuer Karriere machen, denn der hilft jetzt den in Not Geratenen nicht, sondern verwöhnt sie nur. Und mit Verwöhnen, also mit Nicht-Helfen, also er hilft ihnen nicht zu einer neuen Arbeit und er verwöhnt sie in der Arbeitslosigkeit mit allen möglichen Verwöhnungsaspekten. Also Nicht-Helfen und Verwöhnung sind die beiden Backen einer Zange, mit der man am besten die Leute in der Arbeitslosigkeit, in der Notlage festhält, weil man es ihnen quasi in einer sie erstickenden, unglücklich machenden, depressiv machenden Hängematte festhält. Ja, sie kriegen ja dann auch alle mögliche ärztliche, psychiatrische Versorgung, kriegen ärztliche Psychodrogen, mit denen sie die Depression besser ertragen, die Arbeitslosigkeitsdepression besser ertragen und so weiter. Ja, und damit alle sozialen, also insofern gehört dieser Teil der Medizinsparten auch zu den Sozialspartlern, der psychiatrische Bereich, wo die Leute quasi die Drogen erhalten, mit denen sie dann die Arbeitslosigkeitsdepression besser aushalten. Schluck Wasser. Ja, und jetzt wird also unter Bedingungen des von Dr. Markus Krall so geliebten Freien Marktes, freier Arbeitsteilung, freien Tauschhandels, wird genau, passiert genau das, nämlich, dass die Idee hier unheimlich viel Erfolg haben wird, weil dadurch, dass man nicht hilft und die Leute verwöhnt, werden es immer mehr Sozialfälle. Also, und das in aller Welt, weil die NGOs ja dafür sorgen, dass auch in aller Welt es zu immer mehr Sozialfällen kommt. und dadurch kann er hier erst mal ein leibliches Kind erzeugen und einen geistigen Nachfolger gewinnen, also einen memetischen Nachfolger und hier einen genetischen und dann hat dieses Kind, dann kann er hier, es entstehen drei Enkel, zwei Urenkel und so weiter, ja, hier nochmal zwei Urenkel, also vier Urenkel insgesamt und so breitet sich dann sozusagen seine genetische Linie aus und die trägt natürlich auch großen Teils, bis auf wenige schwarze Schafe der Familie, auch die, die vorteilbringenden Irrtümer mit in die ganze Welt und infiziert damit die ganze Welt, sodass dann die, die Restwelt infiziert ist, und diese vorteilbringenden Irrtümer sind ja nur für die Sozialspartler von Vorteil, aber für den Rest der Welt wirken sie als parasitäre Meme beziehungsweise Killerviren des Geistes und führen zu einer Massengehirnwäsche der gesamten Welt und genau dafür sind Markthauschhandel und Arbeitsteilung des Dr. Markus Krall voll verantwortlich. Aber eben auch die Linksextremisten, ja, denn die Linksextremisten sind voll infiziert, gerade von den, den Sozialspartler-Viren des Geistes, während, während also die, sozusagen, aber alles folgt dem gleichen Prinzip, ja. und wenn wir Pharmakonzerne haben, Impfkonzerne haben, ja, dann, dann haben wir hier wieder den ersten Pharmakonzern und Impfkonzern, der sich nicht irrt und der sagt, ich muss in der Wahrheit bleiben, ich darf jetzt nicht anfangen, die ganze Welt in Kunden, in Tabletten-Süchtige und Impfungen-Süchtige, sozusagen, zu verwandeln, nur damit ich mehr Profit mache, damit würde ich ja meinem Mitmenschen Schaden zufügen, ja. Das ist der wahrheitsorientierte erste Pharma- und Impfhersteller, ja. und dann kommt aber der erste sich irrende Pharma- und Impfhersteller zwangsläufig nach dem universellen Prinzip von Mutation und Selektion, Variation und Selektion und der kann jetzt wieder unheimlich viel verkaufen, weil der sich irrt und sagt, nein, also diese winzigen Dinger, Viren und Bakterien sind die allergrößte Gefahr für die Menschheit, krankmachende Ernährung, krankmachende Luft, krankmachendes Wasser, all das spielt keine Rolle, das sind alles nur diese winzigen Killer und dafür haben wir ja unsere tollen Chemotherapeutika und so weiter und unsere tollen Impfungen und die verkaufen wir euch und nur so könnt ihr gesund bleiben und der glaubt das wirklich und der wird jetzt natürlich riesige Geschäfte machen und verkauft hier natürlich ganz viel, kann hier, ja, hat hier dann wieder drei Enkel, vier Urenkel und so weiter und wird der Vorfahre von Trostenwieler, Lauterbach, den Impfkonzernen, den Pharmakonzernen und so weiter und wird riesig verdienen und riesige Karriere machen, findet hier lauter geistige Nachfahren, die dann auch irgendwann explodieren hier, dieser hat dann hier fünf geistige Nachfahren und dann werden es viel mehr und so weiter und dann breitet sich das auch aus und so haben wir dann sozusagen ja und genau das erzeugt Zeugen dafür für irgendwelche Teile davon sind die Markus-Krall-Fans, die sich jetzt in die Parteien eingeschlichen haben und die Linksextremisten, Linksradikalen, Linksfaschisten, die sich in die Parteien eingeschlichen haben, die nämlich sozusagen ihre vermeintliches Gutmenschentum, also sozusagen das ist quasi das hier, das was vorhin der Sozialspadler sein Irrtum, ja, diese Mischung aus Verwöhnung und Nichthelfen und dann auch noch Drogen gegen die Arbeitslosigkeitsdepression, ja, das ist die Mischung, die unheilvolle Mischung, von der über eben als parasitäre Meme auch diese Parteimitglieder infiziert sind, nämlich von irgendwelchen illusionären Träumen, dass man es dafür sorgen könnte, dass es den Menschen in Deutschland besser ginge, wenn man eben irgendwie radikale Umverteilungen macht, eben die Verwöhnung der Arbeitslosen noch größer macht oder ähnliche Dinge, ja, in Wirklichkeit zerstört man dadurch das System, weil nämlich die Vernünftigen, die Vernünftigeren unter den Linken sozusagen, hier gucken wir uns an, also hier erst mal Christian Felber, Gemeinwohlökonomie, würde wahrscheinlich vor Entsetzen die Haare raufen, wenn er Markus Krall hört, weil der ja quasi Vertreter dieses marktradikalen, bösartigen Raubtierkapitalismus ist, der die Ursache aller Probleme ist, ja, und wir natürlich als Bodenständige Linke raufen auch die Haare, weil Markus Krall für uns auch das Sinnbild, die Ursache aller großen Menschheitsprobleme sind die Linksextremisten und die Marktradikalen, also die Linksradikalen und die Marktradikalen sind die beiden zusammen, die die Ursache aller großen Menschheitsprobleme sind, ja, und natürlich die Rechtsextremen noch dabei, aber ja, die Marktradikalen sind ja schon ziemlich weit rechts, ne, ja, und dann Professor Nico Pech würde auch sagen, ja, dieser Marktradikalismus eines Markus Krall ist ja der Grund für diesen verrückten Überkonsum der Menschheit, ja, und der ehemalige 68er Professor Hans-Werner Sinn würde auch sagen, ja, hoppla, natürlich ist, also besonders der Wirtschaftsweise Professor Truger von den Sachverständigen Rat der Bundesregierung würde natürlich sagen, naja, dieser Marktradikalismus ist natürlich total schädlich und total gefährlich, ja, das Dilemma ist nämlich, und der Professor Sinn würde sagen, ja, das Dilemma ist halt, wir, wenn wir, ja, boah, wenn wir, ähm, äh, dadurch, dass wir zu viel Gelder umverteilen, von den reicheren zu den Ärmeren, dadurch erzeugen wir natürlich gerade eine Flucht, die vergrößern wir die ständig laufende Flucht der Besserverdienenden aus Deutschland heraus. Man denke nur an den berühmten Rennfahrer Michael Schumacher, der ja wohl auch seinen Wohnsitz in die Schweiz verlagert hat, um die deutschen Steuern nicht mehr zahlen zu müssen und so weiter. Ja, das heißt, also, das heißt, diese ganze Flucht würde ja nur beschleunigt werden und dann bedeutet das, dass wir dann in Deutschland einfach gar kein Geld mehr haben und dann können wir besteuern, so viel wir wollen. Es gibt bei den Reichen dann nichts mehr zu holen, wenn die weg sind. Also, der, der, das, die deutsche Finanzamt kann bei Michael Schumacher nichts mehr holen, weil der nur noch in der Schweiz versteuert. Und, 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 dann kriegen die Arbeitslosen nicht mehr, sondern noch viel weniger als bisher und die sozial Schwächeren verdienen noch kleinere Gehälter als bisher, weil das ganze Lohnniveau in Deutschland absinken wird. Und alle werden dann mit einem viel niedrigeren Lohnniveau auskommen, auf dem Niveau von Rumänien. und darauf, das wird Professor Hans-Werner Sinn dann sagen, zu Recht, ja. Und, ja, Dr. Heidegöttner-Abendroth und Ottener Blathoff, das ist sowieso einer der schärfsten Kritiker der Pharma- und Impfindustrie, ja, und genauso Christian Zimmermann, ja, so, dass wir also letztendlich ganz klar erkennen müssen, also Markt, Arbeitsteilung und Tauschhandel, besonders in der marktradikalen Form, das Dr. Markus Krall sind ja der größte Teil dessen, was uns ruiniert. Es ist nicht so, dass der Markt erst schlecht und gefährlich wird durch Pseudo-Planwirtschaft, Pseudo-Kommunismus und Pseudo-Sozialismus oder Pseudo-Sozialistische Elemente. Nein, der Markt ist an sich das Problem, ganz, auch ganz ohne Pseudo-Sozialismus, ja, und er kann eben nur durch echten Sozialismus, echten Kommunismus, echte Planwirtschaft kann der Markt, der gefährliche Markt, der gefährliche Tauschhandel, die gefährliche Arbeitsteilung kann nur gut gestaltet werden durch gezielte Lenkung. Natürlich müssen dabei auch Marktelemente erhalten bleiben. Nur insofern hat Dr. Markus Krall recht, dass ein System ganz ohne Marktelemente, wie das beim Pseudo-Sozialismus versucht wurde, natürlich nicht funktionieren kann. Aber das haben natürlich die Chinesen schon längst erkannt, dass es ganz ohne Marktelemente nicht geht. Aber es geht eben auch nicht ganz ohne sozialistische, kommunistische, echt planwirtschaftliche Elemente geht es eben auch nicht. Sondern die Wahrheit liegt in der gesunden bodenständig linken Mitte des Ganzen. Also noch einmal, also automatisch führen das Naturgesetz von Mutation und Selektion, das dafür sorgt, dass Menschen sich notwendig irren müssen, genauso wie es zu genetischen Irrläufern jederzeit kommen kann, die meisten aller Mutationen muss man als Irrwege der Genetik bezeichnen. Also es gibt genetische Irrtümer, bei denen manchmal ein genetischer Irrtum ein Zugewinn an eine positive Wirkung hat. Das würde entsprechen, dass bei der Mutation manchmal auch eine neue positive Wahrheit entstehen kann. Nicht alle Mutationen sind Irrtümer, einige wenige sind auch Wahrheiten oder nützlich. Aber eben da es auch Irrtümer gibt, führen dann freier Markt, freie Arbeitsteilung, freier Tauschhandel zwangsläufig zur Hölle auf Erden. Ich hoffe, das ist jetzt jedem klar geworden. Ich mache es nochmal am Beispiel des Krieges, denn Markus Kralls Konzept ist auch das Kriegstreiber Konzept schlechthin. Schluck Wasser. Also, wir haben Hinweise dafür, dass vor 400.000 Jahren in einer ur matriarchalen glücklichen Welt, einer ur matriarchalen, ur-bonobo-kommunistischen, ur-sozialistischen, echten, also gesunden Welt, die noch keine echt planwirtschaftlichen Elemente brauchte, weil sie naturorientiert war und noch keinen Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung kannte, waren vor 400.000 Jahren die Menschen glücklich und wir haben viele Hinweise dafür, dass sie auch extrem pazifistisch waren. Liebevolle Beziehungen zu den Nachbarkommunen, wo die Enkel und die Urenkel lebten, eine Nachbarkommune weiter und so weiter, also so und dass man natürlich seine Enkel beschenkt, ist ja eigentlich auch heute noch ganz üblich und also liebevolle Beziehungen zu den Nachbarkommunen, aber nicht zu allen Kommunen in aller Welt, sondern nur zu den umkreisenden Kommunen, wo die engsten Verwandten leben sozusagen und dazu hatte man dann auch ein ungeheuer pazifistisches Verhältnis von Liebe getragen und jetzt kommt aber hier der erste Frühhändler und der erzählt eine wahrheitsgemäße Geschichte ach eine Kommune hat die andere nachts besucht abends besucht und die Getränke flossen nur so in Strömen und der Schweiß floss nur so in Strömen beim musizieren und tanzen und singen und bei den Liebesakten und so weiter das ist die Wahrheit das ist eine realistische Geschichte und jetzt kommt zum ersten Mal viele beschweren sich darüber dass unsere heutigen Journalisten sich so sehr erirren und so im Irrtum sind und da kommt der erste Frühhändler der als Berichterstatter und Journalist sich irrt und er hat ein Übersetzungsproblem er hat die Sprache versteht er nicht richtig und er versteht die Geschichte im Sinne der stillen Post er missversteht die Geschichte der sagt jetzt oh ich habe die Nachricht bekommen eine Kommune hat die andere nachts abends heimgesucht und das Blut floss nur so in Strömen alle wurden totgeschlagen und so weiter und er hat zufällig Steinexte dabei die ersten Steinexte der Evolution dabei und die Leute bekommen Angst die ihm zugehört haben und sie kaufen ihm die ganzen Steinexte ab er hat einen riesigen Verkaufserfolg und wird natürlich diese Geschichte immer weiter erzählen und die Leute bekommen so viel Angst und fangen jetzt an darüber nachzudenken ob sie nicht präventiv die Nachbarkommunen totschlagen sollten damit sie nicht selber totgeschlagen werden ja und dieser Händler der kann wieder hier vier Urenkel ernähren und so weiter mit der Vorfahre der neuen heutigen Waffenhändler und hat diese Mentalität sozusagen in sich dass der Mensch halt von Natur aus kriegerisch ist ja und genau so werden die 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 deutschen Waffenhändler begeistert gewesen sein von dieser aggressiven Mentalität eines Herrn Adolf Hitler der ihnen ja quasi letztendlich angeboten hat über den freien Markt sozusagen ganz viel Waffen verkaufen zu können ja indem sie dann Adolf Hitler unterstützt haben und sagten das ist ein guter Mann der ist auch realistisch die Welt ist nun mal ein Kampf ums Dasein und da müssen wir selbst kriegerisch gut gerüstet sein und müssen halt kriegerisch erfolgreich sein wenn wir als Deutsche richtig überleben wollen und so weiter und wir stellen gerne dem Führer die Waffen zur Verfügung und dadurch haben die dann unendlich viel Geld verdient diese Waffenhändler ja und haben natürlich Hitler geistig und moralisch und wahrscheinlich auch finanziell unterstützt sodass er dann die Herrschaft in Deutschland an sich reißen konnte oder ergreifen konnte die Macht ergreifen konnte ja und das heißt also genau dieser Marktradikalismus eines Dr. Markus Krall ist es was solche Leute wie Hitler an die Macht bringt und die den Waffenkonzernen Umsätze bringt Kriege provoziert und produziert und so weiter und solche Evolutionsprozesse in Gang bringt ja also Markus Kralls Konzept ist also die Ursache all der Übel die wir bei der Schweinegrippe und bei heutigen Missständen beklagen und deswegen bitte ganz freundlich und liebevoll verabschiedet diese Parteimitglieder und genauso diese Linksextremisten die so voll sind von den Vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspadler die müsst ihr liebevoll und nett und freundlich dafür braucht man kein Parteiausschluss verfahren wir müsst ihr einfach nur bitten die Partei zu verlassen weil Leute die verseucht sind mit den Vorteilbringenden Irrtümern von Arbeitsamtmitarbeitern Sozialspadlern und NGOs die werden immer für eine Politik plädieren die sich gegen die Mehrheit der Gesellschaft stellt und damit sind 56 Prozent der Wähler Stimmen unmöglich geschweige denn 28 auch 28 Prozent sind nicht möglich weil sie das ist das sind politische Programme die am Ende für drei Prozent reichen vor allem weil ja die Partei Die Linke schon vieles tut wo sie sozusagen die die Mitglieder der Partei Die Linke sind ja alle infiziert von den Vorteilbringenden Irrtümern der Arbeitsamtmitarbeiter der Sozialspadler der NGOs und so weiter und die greifen ja sowieso einen Großteil dieser Stimmen ab und da wird man dann würde man als neue Volkspartei gerade mal drei Prozent bekommen für diesen linksextremistischen und ja und diese Paradoxie also Linksextremismus es ist nun mal so dass je weiter wir linksextrem werden und je mehr wir links faschistisch werden desto mehr landen reichen wir uns mit dem Rechtsfaschismus die Hände und irgendwann sind wir dann auch bei Markus Krall der natürlich kein Extremist ist aber trotzdem mit dieser brandgefährlichen Ideologie Markt Arbeitsteilung und Tauschhandel seien ein Heilmittel in Wirklichkeit ist das die Krankheitsursache das ist also eine sozusagen er versucht uns mit dieser Marktradikalität zu impfen und dabei ist das die Ursache ja natürlich ist auch Linksextremismus gefährlich aber Marktradikalismus also Linksradikalismus und Marktradikalismus sind die großen Gefahren und die großen Ursachen aller Probleme die Lösung liegt in einer bodenständigen Linke die neue wir empfehlen ja der neuen großen Volkspartei dass sie eine neue große Volkspartei der Mitte Links wird eine tausendmal bessere SPD tausendmal bessere Grüne wird ohne diese ganzen vorteilbringenden Irrtümer ohne die Verwirrungen innerhalb der Grünen und die Verwirrungen innerhalb der SPD eine bodenständige vernünftige vernünftige wirtschaftsvernünftige sozusagen neue große Volkspartei der Mitte Links so noch ein paar andere ja Ideen die Links Radikalen denen gefällt es vielleicht nicht dass wir Ranglisten von Ärzten von Supermarktleitern von Restaurantleitern dass wir überall Ranglisten erstellen wollen wo jeder Bürger die Leistung die bisherige Leistungsfähigkeit in Richtung Gesundheitsförderung jedes Marktleiters jedes Hausarzt oder Hausarzt Ersatzteams ablesen kann und so weiter wo man die Leistung jedes Richters ablesen kann jedes Staatsanwaltes für Wohlfühlen der Bevölkerung zu sorgen und Sicherheitsgefühle der Bevölkerung zu sorgen und so weiter dieses leistungsorientierte Gefällt Links Radikalen vielleicht nicht Wir müssen nur daran erinnern dass im Bonobo Kommunismus in den Köpfen der Frauen auch solche Leistungsranglisten existieren Glauben sie dass die Bonobos nicht intelligent genug wären die Bonobo Frauen nicht intelligent genug wären und die Menschen mit ihren dreimal so großen zwei bis dreimal so großen Gehirnen vor 400.000 Jahren die Homo Erectus Angehörigen dass die nicht in der Lage gewesen wären und sind genau abzuspeichern welcher Mann in der Gruppe den Frauen und Kindern mehr Nahrung schenkt als der andere meinen sie das könnten die nicht abspeichern dafür haben die ja so ein großes Gehirn dass sie genau das abspeichern können soziale Gegebenheiten abspeichern können dieser Mann hat uns viel geschenkt an gesunder Nahrung und dieser weniger und dieser ist ein regelrechter Tollpatsch der hat uns noch nie was geschenkt mit dem haben wir selbstverständlich auch mal sechs ja denn wenn alle Männer in der Gruppe nicht wissen ob sie der Vater des nächsten Kindes in der Kommune sind dann sozusagen dann wird auch kein Mann auf die Idee kommen irgendeines unserer Kinder zu töten das ist keine bewusste Logik das ist eine Logik die in den Bonobos per Genetik steckt Schluck Wasser das können sie hier nachlesen das haben wir ja hier sogar drin hier das finden sie hier Weltrat der Weisen Forum beziehungsweise nextscientistsforfuture.de der erste große Link Live-Ticker können sie sich hierhin durchklicken zu den externen Reformern und da finden sie hier Professor Franz De Waal da haben sie diesen Spiegelartikel da geht es kurz um Kindstötung und die Verhinderung der Kindstötung also das Infantiziz warum Bonobo-Frauen und Menschenfrauen vor 400.000 Jahren also ganz selbstverständlich auch immer Sex hatten mit den mit den Tollpatschen der Gruppen die die nie Nahrung schenken konnten damit nämlich diese Tollpatsche nicht auf die Idee kommen Kinder zu töten in der Kommune Schluck Wasser um so ihre eigenen Fortpflanzungs Chancen vielleicht ihre theoretischen Fortpflanzungs Chancen wenigstens zu vergrößern denn die Frauen haben natürlich überhaupt kein biologisches Interesse Kinder von Tollpatschen in der Gruppe zu bekommen aber sie behandeln sie liebevoll und haben Sex mit ihnen weil dann sozusagen das genetische Programm abgespult wird dass auch die Tollpatsche diese Frauen lieben und dann auch deren Kinder verschonen und das dann im Effekt dazu führt dass sozusagen dadurch dass niemand in der Gruppe weiß wer der Vater des nächsten Kindes ist und eine winzige theoretische Chance besteht dass auch eventuell eine Frau auch mal aus Versehen von einem Tollpatsch in der Gruppe schwanger wird dann dadurch ist gewährleistet dass keine Kinder in den Kommunen getötet werden und das ist ein so riesiger Fortschritt in der Evolution gewesen dass sich dieses System durchgesetzt hat in der Evolution von Bonobos und Menschen Schluck Wasser und dann kam jetzt der freie Markt von Dr. Markus Krall und hat diesen Bonobo Kommunismus unterdrückt denn ganz kurz noch mal der Blick alles jeder Irrtum der Menschen unglücklich macht und ihnen ihre Bonobo kommunistische matriarchale Lebensweise raubt ihre Glücksquelle raubt die führt zu größerem Verkaufserfolg denn der Hauptweg um Menschen süchtig zu süchtigen Konsumenten von Alkohol Zigaretten Süßigkeiten Konsumsüchtig Kaufsüchtig Shopping Urlaub Süchtig Reise Süchtig zu machen und Medikamenten Süchtig zu machen ist sie unglücklich zu machen ihnen Glück zu nehmen und das geht am einfachsten indem man ihnen sagt ach dieser Bonobo Kommunismus dieser viele Sex ist ja ekelhaft widerwärtig und so weiter und ganz blöd und und so weiter ist ja ganz völlig widernatürlich und so weiter da wird also das Natürliche wird zum Wiedernatürlichen erklärt und danach kann man dann unheimlich viel verkaufen an lauter kaufsüchtige shopping süchtige Menschen ja dieser vorteilbringende Irrtum der Händler breitet sich aus und wird dann zum parasitären Meme und Killer Virus des Geistes der gesamten Menschheit ja und deswegen führt also Marktradikalismus zwangsläufig sofort in die Glücksunterdrückung und das erkennt auch Ottmar Lattorf der also sagt ja die Menschheit war die Welt war nicht immer so sondern früher haben die Menschen viel mehr glückliches Liebesleben gehabt als wir heute ja natürlich weil eben Marktradikalismus führt zwangsläufig zur Glücksunterdrückung damit die Leute das fehlende Glück kompensieren durch Ersatzbefriedigungen die sie käuflich erwerben ne und das ist der Mechanismus ja und ja das ist der Grund ja also insofern also Markt Tauschhandel und Arbeitsteilung in ungelenkter Form sind der Killer der Menschheit ja das heißt also auch schon Bonobo Frauen und die Homo erectus Frauen vor 400.000 Jahren mit ihren doppelt so großen Gehirnen fast dreifach so großen Gehirnen wie die Bonobos die haben einen Großteil dieser Gehirnsubstanz um genau das Haarklein abspeichern zu können welcher Mann macht mir und den Kindern wie viele Geschenke und dadurch erhöht sich dann durch dieses Abspeichern erhöhen sich die Liebesgefühle gegenüber diesen Männern und immer dann wenn wirklich sozusagen alles im Körper der Frauen bereit ist gerade wirklich schwanger zu werden dann werden sie wahrscheinlich Sex haben auch mit diesen Männern und da die diese dann vitalere Spermien Armeen haben und die der Spermakonkurrenz überlegen sind und da diese und da die Frauen dann vielleicht deren Spermien noch mit einem Orgasmus Ansaugreflex denen noch einen Schubs geben nach vorne einen Vorsprung geben und so weiter kommt es dazu dass die Wahrscheinlichkeit dass die größten Schenker die also in den Ranglisten in den Köpfen der Frauen am höchsten abgebildet sind dass die da die größte Wahrscheinlichkeit ist dass eines ihrer Spermien derer Spermien dann sozusagen die Eizelle der Frau befruchtet da ist die Wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch und also es ist doch gar kein Unterschied zwischen Ranglisten in den Köpfen der Frauen über die Geschenke und und zu Ranglisten auf den Homepages eines Bundeswahlleiters über die Gesundheitsgeschenke die ein Marktleiter oder ein Hausarztteam Hausarztersatzteam uns macht im Sinne von Gesundheitsgeschenken das ist kein Unterschied wir brauchen zumindest über über ein Rückgang der Leistungsgesellschaft Deutschland sollten wir erst überhaupt nachdenken wenn wir einen weltweiten Pazifismus erreicht haben dann kann sich die ganze Menschheit entspannen wir können alle auf drei Stunden tägliche Arbeitszeit zurückfahren der Rest gehört singen tanzen musizieren lieben und allem was glücklich macht Spaß Sport und Spiel und und Tanz und und allem aber das können wir uns nicht leisten solange wir noch bedroht sind dass es uns gehen könnte wie den nordamerikanischen und südamerikanischen Indianern die ja unsere Vorfahren abgeschlachtet haben übrigens die 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 NGOs die haben ja so die Tendenz ja wir müssen jetzt ja eigentlich der dritten Welt helfen weil wir sie früher so grausam behandelt haben das ist nicht realistisch möglich natürlich sind es wir Europäer gewesen die die Indianer und die Indios abgeschlachtet haben aber wollen wir jetzt folgendes machen wir übernehmen jetzt 200 Millionen nordamerikanische Menschen europäischen Ursprungs und nehmen die alle zurück und nehmen Millionen von aber Millionen von südamerikanischen Menschen europäischen ursprungs zurück und sagen liebe Indianer ihr habt den Kontinent wieder für euch alleine und liebe Indios ihr habt den südamerikanischen Kontinent wieder für euch alleine und wir Europäer führen zu einer riesigen europäischen Überbevölkerung in Europa das ist doch nicht das führt doch zu unendlichem Leid solch einem Versuch früheres Leid wettzumachen durch neues Leid außerdem wird das nie eine Mehrheit geben die wofür wir gerade eben eine Mehrheit kriegen können ist dass wir die heutigen staatlichen Verhältnisse einfrieren und Pazifismus und Frieden auf aller Welt ausrufen und so weiter das können wir hinkriegen aber doch nicht dass wir die gesamte Weltgeschichte der letzten sechs Millionen Jahre zurückdrehen wo wollen wir da anfangen und wo wollen wir da aufhören wollen wir dann irgendwann Europa wieder Europa und Asien den Tieren zurückgeben weil Menschen gab es also bis vor sagen wir mal zwei Millionen Jahren gab es keine menschenähnlichen in der ganzen Welt und bis vor 100.000 Jahren gab es keine Menschen im Rest der Welt außer in Afrika wollen wir dann sagen wir müssen alle Menschen müssen sich jetzt wieder nach Afrika zurückziehen und dann wie es manchen NGOs am liebsten wäre den Rest der Welt wieder den Tieren überlassen und den reinen Tier und Pflanzen Welt überlassen als Urwälder sozusagen und Ursituation dann müssen wir jetzt alle acht Milliarden Menschen der Erde müssten wir in Afrika rein zwängen da würden wir landen wenn wir sagen wir wollen das frühere Unrecht wieder gut machen da landen wir dann am Ende dass alle Menschen nach Afrika gehen müssten sich dort drängen würden und ein riesiges Leid in Afrika entstünde sozusagen und der Rest der Welt den Tieren und Pflanzen vorbehalten bliebe ja das ist die Konsequenz wenn wir diesen NGOs und ihren vorteil bringenden Irrtümern folgen nämlich wir müssen doch früheres Unrecht wieder zurecht rücken dann müssen wir acht Milliarden Menschen nach Afrika schicken denn vor zwei Millionen Jahren gab es weder menschenähnliche noch Menschen in den anderen Teilen der Erde ja also müssen wir alle nach Afrika zurück also sie merken wie unsinnig das ist und wie absurd diese NGO Konzepte sind und so weiter diese vorteilbringenden Irrtümer Schluck Wasser was braucht man eine vollständige wissenschaftliche Ausbildung über Menschen psychobiologische Ausbildung evolutionspsychologische Ausbildung und 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 naturwissenschaftliche Ausbildung und so weiter und all das fehlt leider jedem normalen Parteimitglied das kann man doch auch gar nicht verlangen es ist doch eine Überforderung das zu verlangen und ja wie gesagt das ist ja das neue Zeitalter die neue große Volkspartei wird es nur geben wenn sie über den Rubikon geht über den Rubikon über den Grenzfluss geht zu der Erkenntnis hin dass ausschließlich externe Reformer die Quelle ihres Parteiprogramms sein dürfen und diese externen Reformer werden niemals Parteimitglieder werden also ein Christian Felber wird niemals irgendwie in einer neuen Parteimitglied werden der hat genug zu tun mit seiner Konzeption Gemeinwohl Ökonomie und deren Unausgereiftheit will ich mal so kritisch ergänzen auch die Next Scientists for Future dürfen mehrheitlich niemals Mitglied oder parteipolitisch irgendwie sich zu einer Partei stellen sie dürfen als externe Reformer Parteien helfen aber allen Parteien sie würden sich nur dafür entscheiden manchen Parteien nicht mehr zu helfen wenn die keine Wahlaussichten mehr haben sondern einer neuen entstehenden großen Volkspartei eher nur Wahlchancen rauben würden dann dann können sie sich gegen die Beratung bestimmter Parteien können den quasi können offiziell sagen diese Partei kann Deutschland nicht mehr reformieren weil wir ihr die Unterstützung entziehen entziehen und wenn wir als externe Reformer in den Ministerien nicht mehr dabei sind dann kann diese Partei die Reformen auch wenn sie versucht unsere Reformen zu imitieren dann wird sie es nicht können weil man dafür 40 Jahre Wissenschaftserfahrung mindestens braucht um dieses Können zu erwerben und das kann diese Partei dann also frühestens nach 40 Jahren also kann man sie jetzt nicht wählen und man muss also alles wissen über Systeme über Staaten über Volkswirtschaften und so weiter und jetzt bitte welches Parteimitglied in den Altparteien und in den neuen Parteien hat jemals über ein 40-jähriger mindestens 40-jährige Erfahrung in all diesen Bereichen verfügt niemand braucht ja auch nicht die Parteibasis muss ja nur möglichst wie eine repräsentative Wählerstichprobe Deutschlands zusammengesetzt zu sein dann werden ja bis zu 56 Prozent dieser Parteimitglieder sozusagen nach langem Kennenlernen und sorgfältigem Kennenlernen begeistert sein von dem Ansatz der next scientists for future de vom Weltrat nämlich gutes tun gezielt zu belohnen damit nämlich keine schädlichen Aspekte von Markt Arbeitsteilung und Tauschhandel sich ausbreiten können nämlich keine vorteilbringenden Irrtümer beziehungsweise parasitären Meme beziehungsweise Killer Viren das Geiste sich ausbreiten können weil mit positiven Anreizen blockiert man quasi ja den Erfolg ich zeige das nochmal kurz hier wenn sie jetzt positive Anreize setzen das also nur noch die Verbesserung der Gesundheit der Menschen zu Belohnungen führt dann es sind sozusagen ja führt ja dieser vorteilbringende bisher vorteilbringende Irrtum wird ja plötzlich zu einem nachteilbringenden Irrtum nämlich dieser frühere vorteilbringende Irrtum ja also krankmachende Ernährung krankmachende Luft krankmachendes Wasser und so weiter spielen alles keine Rolle wichtig sind nur diese winzigen Dinger da diese Viren und Bakterien und so weiter ja und dafür verkaufen wir ihnen Chemotherapeutika und Impfungen und so weiter ja dieses Geschäftsmodell endet ja in dem Moment sondern es wird ja nur noch geguckt ja sozusagen nur noch der die Hausarztersatzpraxis oder das Hausarztersatzteam das also sozusagen Gesundheit bestmöglich fördert egal wie ob das eventuell auch mal durch eine Impfung geschehen mag oder nicht Hauptsache es wird nur noch die Gesundheitswirkung gemessen und danach werden die Belohnungen ausgeschüttet und dadurch werden diese Ärzte sehr schnell ihre vorher vorteilbringenden Irrtümer durch jetzt vorteilbringende Wahrheiten ersetzen oder oder sie werden mit ihren jetzt nachteilbringenden Irrtümern aussterben und alle und hier werden sich die Leute sammeln die vorteilbringende Wahrheiten dann tragen im neuen System und das geht eben aber auch nur durch eine echte echten kommunistisch echt kommunistisch echt sozialistisch echt planwirtschaftliche Elemente gemixt mit guten Marktelementen ja also ganz ohne Marktelemente darf man niemals eine Gesellschaft bauen das geht nicht das hat der Pseudo-Sozialismus bewiesen ganz ohne Marktelemente geht gar nichts ja aber ohne echt planwirtschaftliche echt kommunistische echt sozialistische Elemente geht leider auch nichts die Wahrheit liegt leider in der Mitte bei der bodenständigen realistischen vernünftigen Linken bei den next scientists for future .de ja da liegt die Wahrheit da liegen die 56% ja also ein schier riesiges Know-how Gebiet ist es das die Partei das parteiinterne Reformer niemals abdecken können das haben deswegen auch die die Mitglieder der Altparteien und der neuen Parteien die können bestmöglich können sie konsensieren und abstimmen über das was die externen Reformer anbieten und dann kann man nur beten und hoffen dass die Parteimitglieder möglichst einer repräsentativen Wähler Stichprobe entsprechen denn dann kriegen die next scientists for future .de auch parteiintern 56% allerdings nur nach langer Kennenlernzeit und und aber warum dann Markus Krall Fans von der Partei verabschieden und Links radikale und marktradikale verabschieden weil die eben nicht zu einer repräsentativen Wähler Stichprobe dazugehören jedenfalls nicht in diesen großen Zahlen ein marktradikaler und ein linksradikaler ja gerne als Mitglied der Partei denn die gehören zu einer repräsentativen Wähler Stichprobe dabei aber nicht hunderte davon das ist überrepräsentiert das ist dann nicht mehr repräsentativ und sie müssen uns sich klar sein im Internet gibt es unheimlich viele ein Übergewicht an Rechtsradikalen Linksradikalen und Marktradikalen ja und deswegen müssen sie bei der Parteimitgliedschaft aufpassen und oder die Leute die sich als Marktradikal oder Rechtsradikal oder Linksradikal entpuppen bitte freundlich verabschieden jedenfalls großen teils bis wieder eine repräsentative Wähler Stichprobe in der Partei herrscht denn nur die kann dieses Land kann positiv urteilen über die Reformen der externen Reformer jemand anderes kann das nicht Ja Ich bin mal gespannt Also ja Jetzt noch mal zu technischen Details Ich war ja in den letzten Tagen so ein bisschen beschäftigt damit was alles unwichtig sein kann was nur Training ist für die Fähigkeit Ich habe in den letzten zwei Tagen meine eigene Fähigkeit wie wir das alle im Weltrat machen sozusagen trainiert indem ich mir selbst Aufgaben gesetzt habe Mathematik Aufgaben sozusagen Wenn wir zum Beispiel mit Wohlfühlstimme arbeiten würden als der neuen großen basisdemokratischen Wahlstimme in Deutschland Ja Wie würden wir da mit den Gebietsaufteilungen zurecht kommen Ja Und da ist mir noch mal klar geworden Wenn wir das als Aufgabe hätten Kann ja sein dass wir ganz andere Aufgaben kriegen nämlich dass wir mit Budgetierungsmodellen arbeiten sollen oder was auch immer Wir sind da völlig flexibel Ja Aber dass wir also Regionalaufteilungen zum Beispiel in einer Großstadt dass wir da nicht nach alphabetischen Dingen gehen sollten Weil das Problem bei jeder alphabetischen Lösung ist Also nehmen wir mal an wir hätten jetzt hier sozusagen eine Großstadt Und und dann dann würde es ja und wir hätten jetzt zum Beispiel das Arbeitsamt würde hier liegen hier im Süden der Stadt und dann geht es nach alphabet dann wäre ja ein Mitarbeiter hier der hier im Süden sitzt auch für jemanden mit dem richtigen Buchstaben zuständig auch wenn der an ganz anderen Ende der Stadt lebt nämlich hier zum Beispiel Ja Und das wäre doch ungünstig wegen der langen Wege Dann erzwingen wir ja wieder Mobilität und wir wollen doch Mobilität und Transport und Verkehr reduzieren Ja Schluck Wasser Und also müssen wir doch so machen dass wir hier ein Arbeitsamt haben hier ein Arbeitsamt haben hier ein Arbeitsamt haben hier ein Arbeitsamt und die jeweiligen Amtsleiter sind sozusagen zuständig für diese Regionen und dann kann man ja die Amtsleiter rotieren lassen sodass sie ständig für wechselnde Behörden zuständig sind und diese Amtsleiter machen den Leuten vor das sind die Fähigsten in der Fähigkeit präventiv Arbeitslosigkeit zu verhindern also man mailt alle Menschen an in dieser Region hier bitte rufen Sie uns sofort an wenn Sie auch nur wenn bei Ihnen auch nur die geringste Gefahr besteht dass Sie von Arbeitslosigkeit gefährdet sein könnten dann besorgen wir Ihnen jetzt schon den nächsten Job weil jeder Tag den Sie arbeitslos sind kostet uns bares Geld reduziert unsere positiven Anreize unsere Verdienstzuschüsse unsere Karrieremöglichkeiten und so weiter und das ahmen dann auch die ganzen anderen Mitarbeiter nach und dadurch werden wir null Arbeitslosigkeit bekommen und nur noch ein präventives Arbeitsamt haben alle Gelder die bisher für Arbeitslosigkeitsversicherungen draufgegangen sind Arbeitslosenversicherungen draufgegangen sind können wir den Bürgern rückerstatten dadurch werden die Bürger reicher und wir erfüllen unser Wahlversprechen nämlich dass alle reicher glücklicher gesünder und länger leben werden und ja und das heißt also die Sozialspartler die Arbeitsamtmitarbeiter werden ihre bisherigen vorteilbringenden Irrtümer als jetzt dann nachteilbringende Irrtümer erkennen und enttarnen und werden die dann zukünftig vorteilbringenden Wahrheiten zur Grundlage ihres Handelns machen und werden Arbeitslosigkeit unmöglich machen werden die Verwöhnung zurückfahren und werden das Nicht-Helfen zurückfahren also werden Wechsel zu ganz viel helfen also so wenig wie möglich Verwöhnung und dadurch kriegen sie null Arbeitslosigkeit oder ganz nah null Arbeitslosigkeit ja also alphabetisch ist da schlecht wegen der Nähe ja Nähe ist ja ein Faktor also wir brauchen Gebiete Gebietszuständigkeiten und jetzt muss man sich nochmal klar sein wenn wir zum Beispiel hier wir haben hier zum Beispiel in Köln haben wir neben dem Arbeitsamt auch ein großes Gericht ja dann brauchen wir aber jetzt in Zukunft dann vielleicht noch hier ein Gericht allein die Tatsache dass wir jetzt nur zwei Gerichte hätten ein Nordgericht und ein Südgericht und die für die beiden unterschiedlichen zum Beispiel mit zwei Gebieten während wir beim Arbeitsamt vier Gebiete hätten dadurch können wir schon wieder dadurch dass wir dann die obersten Richter die obersten Richter und Staatsanwälte also zum Beispiel jetzt beim Staatsanwaltschaft müsste es dann vielleicht vier Gebiete geben oder so oder oder fünf oder drei 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 besser drei und allein die Tatsache dass wir hier vier Arbeitsamt Gebiete haben zwei Gerichts Gebiete und drei drei Staatsanwaltschafts Gebiete und vielleicht sieben Polizeigebiete haben wir dann sozusagen auch wieder immer unterschiedliche genügend Unterschiedlichkeit denn dann wenn wir dann die Wohlfühlstimmen auswerten haben wir immer unterschiedliche Einzugsbereiche und können also sagen dass in diesem Bereich dieser oberste Richter dieser oberste Richter wie war das oberste Richter Süd den Leuten eher geschadet hat und der oberste Richter Nord den Leuten eher Gutes getan hat anhand der Wohlfühlstimmen könnten wir das sehen und wir könnten feststellen dass der Oberstaatsanwalt Ost sozusagen den Bürgern am meisten geschadet hat und der Oberstaatsanwalt West den Bürgern am meisten genutzt hat weil eben immer andere Personengruppen sozusagen miteinander verglichen werden sodass also sozusagen das Verhalten des Richters Süd ja nicht auch nicht Einfluss hat auf alle Bürger des Staatsanwaltes Ost ja und auch nicht auf alle Bürger des Staatsanwaltes West ja und so weiter ja und dadurch dass dann durch die unterschiedlichen Gebietsgrößen allein und durch die unterschiedliche Anzahl der Gebiete wird es gute statistische Auswertbarkeiten allein schon geben wir müssen also ja nicht alles das Stadtgebiet immer in fünf Gebiete aufzeichen sondern je nach Sparte können wir das in ganz unterschiedlich viele zum Beispiel Supermärkte wir haben hunderte wahrscheinlich hunderte Supermärkte in einer Großstadt also teilt sich dadurch das auch in hunderte Gebiete auf und dadurch werden dann auch die die Analyse der Wohlfühlstimmen wäre ergiebig weil man dann gucken könnte aha die Einzugsgebiete man könnte entweder die Einzugsgebiete jedes Supermarktes nehmen oder es eben detaillierter machen mit der Krankenversicherungseinkaufskarte wo jeder Bürger entscheiden kann aha zahle ich jetzt mit Bargeld oder mit der Krankenversicherungseinkaufskarte oder mit einer anderen Karte bei der Krankenversicherungseinkaufskarte übermittele ich dem Bundeswahlleiter das und mit wie viel Euro ich eingekauft habe zum Beispiel bei einem Rewe oder Alnatura Markt oder Aldi Markt und dadurch kann dann der Bundeswahlleiter Veränderungen meines Gesundheitszustandes wobei er mich nicht kennt sondern nur meine Zahl weil meine Person kann nur das Bundeskriminalkamt in einer Art Fort Knox wo ist wo ist eine auf Papier feststehende Verbindung von 80 Millionen Menschen zwischen Zahl und Name nur dort gibt es diese Verbindung der Bundeswahlleiter wird also meinen Namen niemals erfahren und meine Identität wird nichts über mich erfahren außer dass ich eben bestimmte Sachen kaufe und so weiter und und dann kann der Bundeswahlleiter veröffentlichen ja alle Leute die bei Rewe oder Alnatura oder Aldi eingekauft haben weisen typischerweise schlechtere Gesundheitsentwicklungen auf und Wohlfühl Entwicklungen als die die bei Lidl Lidl Penny und anderen Märkten kaufen und so weiter und so haben wir dann also sehr gute Auswertbarkeit sozusagen und ja sozusagen ja und dann haben wir kriegen wir ein Paradies in Deutschland und ein Wirtschaftswunder ja und dann wenn man solche Gebiete hat habe ich ja eben schon gesagt können die Zuständigkeiten wechseln dadurch sieht man aha wer ist der beste Oberstaatsanwalt wer sind die besten Oberrichter in der Leistungsfähigkeit immer dann wenn der Oberstaatsanwalt A sozusagen der bisher in der Rangliste vorne liegt in ein anderes Gebiet wechselt dann wird dieses Gebiet da geht es den Menschen auch besser in diesem Gebiet also weiß man aha der ist wirklich der Beste und der kann das am besten der kann seinen Job am besten am menschenfreundlichsten ja und das reicht ja dann auch aus für alle möglichen Formen des Vergleiches ja ja jetzt könnte jemand fragen aus den Parteien ja wenn das doch ausweitend so dieses Datenmessen und alles so schwierig ist sollten wir nicht einfach weiter blind auf gutes tun vertrauen ja dann geht doch aber der Horror weiter kann ich da nur antworten alles Leiden der letzten 400.000 Jahre kommt doch gerade daher dass wir bisher immer vertraut haben ja der Onkel Doktor meint es doch gut ja aber viele Leute ja meint natürlich meint es der Onkel Doktor Drosten und der Onkel Doktor Lauterbach und der Onkel Doktor Wieler natürlich meinen die es gut aber tun sie deswegen trotzdem Gutes oder sind sie voll von Irrtümern von voll von Vorteil bringenden Irrtümern ihre eigenen Zünfte ihre eigenen Sparten und richten sie deswegen riesige Schäden bei uns an gucken sie doch mal welche riesigen Schäden bewiesenermaßen bei der Schweinegrippe der Onkel Doktor Drosten angerichtet hat das ist doch mittlerweile bewiesen ja schauen sie sich das doch mal an mit der Arte Sendung Profiteure der Angst ja also wenn wir einfach weiter blind auf gutes tun vertrauen dann geht doch all dieser Horror immer nur so weiter und wird immer schlimmer also Tauschhandel Markt und Arbeitsteilung Marktradikalismus sind doch immer schädlich ohne starke positive Anreize Wie heißt die Weltrettungsformel Vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize VIs aussterben lassen durch PAs Deswegen auch der Name der neuen Psychotherapie VIAT Vorteilbringende Irrtümer Abbautherapie oder Vorteilbringende Irrtümer Aussterben Lassenstherapie Eid gebrochen durch Scherstverbrecher Ja Stellen Sie sich das so vor Wir haben in der Gesellschaft das ist jetzt eine ganz vage Schätzung Schluck Wasser Da klingen gerade die Kirchenglocken Ich mache ja hier gerade unser Wort das zum Sonntag unsere Sonntagspredigt ja ausführlich Wir müssen davon ausgehen dass wir vielleicht Schätzung das ist reine Schätzung 3% schwarze Schafe in der Gesellschaft haben die ganz offen kriminell sind und sein wollen und einfach die Rest der Gesellschaft schädigen wollen um ihres eigenen Profites Willen Und dann haben wir vielleicht auch 3% Ausnahmefachleute die ihre eigenen Sparten hinterfragen und sagen ja hoppla Vorsicht unsere eigene Sparte neigt dazu auch gefährlich zu sein für den Rest der Gesellschaft Das sind die Ausnahmeärzte Ausnahmepsychologen Ausnahmefachleute Die gibt es in jedem Bereich bestimmt auch mal 3% Dann haben wir noch 94% die die vorteilbringenden Irrtümer ihre eigenen Sparten nicht als Irrtümer durchschauen sondern glauben und die deswegen damit die ganze Welt durchseuchen wobei die ganze Welt dann in der ganzen Welt diese vorteilbringenden Irrtümer als parasitäre Meme beziehungsweise Killer Viren das Geistes negative Wirkung entfalten und die ganze Welt in Sklaven der jeweiligen Sparten verwandeln Wir werden also von lauter verschiedenen Sparten in deren Sklaven beziehungsweise deren Kundschaft umgewandelt Ja und diese 96% Ja Stellen Sie sich vor Wir müssen immer so rangehen dass wir sagen eine Gesellschaft das hat auch Professor Sinn schon gesagt eine Gesellschaft muss so sein dass sie dem schwächsten Glied gerecht wird und wer ist das schwächste Glied der Gesellschaft der böswillige Verbrecher und dem dürfen wir müssen wir die Gewinnmöglichkeit durch Verbrechen entziehen Wir müssen die Gewinnmöglichkeit durch Verbrechen so weit wie möglich entziehen und unmöglich machen Das geht natürlich nicht grenzenlos aber durch positive Anreize kann man auch allen Verbrechern die Gewinnmöglichkeit möglichst entziehen also denn die positiven Anreize bewirken ja dass also ein Konzern der uns giftige Zuckerwaren verkauft um das Profit des Willen oder der uns Chemotherapien Impfungen und so weiter um das Profit des Willen verkauft dem können wir den Profit nehmen denn indem wir die Gesundheitswirkung messen und wenn dann die Chemotherapie eher Schäden anrichtet dann gibt es halt keinen Profit und dann rechnet sich das Verbrechen nicht mehr Verbrechen zahlt sich nicht mehr aus und dann ist es weg verschwindet es ja und wir müssen es so betrachten als wären 100% der Gesellschaft Schwerverbrecher aber wir dürfen sie im Gegensatz zu den Verschwörungstheoretikern nicht als Schwerverbrecher beschuldigen sondern wir müssen nur es für möglich halten also wir müssen einfach mal sie ansehen als 100% aller Bürger sind Schwerstverbrecher und dann bauen wir die Gesellschaft so dass auch wenn sie Schwerstverbrecher wären was sie ja nicht sind wenn sie jeden Trick nützen würden um uns abzuzocken und uns zu betrügen und zu belügen und zu berauben und so weiter dass sie dann trotzdem nichts verdienen würden dadurch und genau so versuchen wir die Gesellschaft zu bauen das heißt auch wenn alle schwarze Schafe wehren und Schwerstverbrecher wehren wollen wir die Gesellschaft so bauen dass dann Verbrecher möglichst keinen Profit mehr haben könnten natürlich wird es dadurch nicht absolut unmöglich dass jemand einer älteren Frau einer Oma sozusagen den Schädel einschlägt und ihr Geld nimmt das wird dadurch nicht absolut unmöglich aber es wird eben schon unwahrscheinlicher wenn die Polizei sozusagen kein Interesse mehr daran hat dass es möglichst viele Verbrecher gibt weil dann die Polizisten mehr Karriere machen können sondern dass sie Interesse daran haben dass es möglichst wenig Verbrecher geben wird dann werden sie Mittel und Wege wird die Polizei finden solchen Leuten die also Raubmorde begehen erstens derer habhaft zu werden zweitens die auf einen legalen Lebensweg zu bringen sozusagen und dadurch kommen wir dem Null Kriminalitätsziel relativ nah es wird vielleicht nicht so schnell absolut erreichbar sein aber Null Kriminalität muss unser Arbeitsziel sein wenigstens als Ziel Während im Moment das nicht bewusste Ziel das nicht bewusste Ziel von Polizei Anwaltschaft Staatsanwaltschaft Richterschaft quasi ist möglichst viele Verbrecher denn dann möglichst viel Kundschaft möglichst viele Karrieremöglichkeiten möglichst viele positive Anreize aller Art Ja und jetzt stellen wir uns vor die ganze Welt wäre also voll mit Schwerstverbrechern die uns also Knieoperationen aufdrücken wollen obwohl sie uns mehr schaden als nutzen und das bei jeder Kleinigkeit also stellen wir uns den Arzt vor der den vorteilbringenden Irrtum im Kopf hat also den Verbrecher der also sagt ach bei dieses Röntgenbild obwohl es nur kleine Kratzer im Knie zeigt der sagt dann einfach als Verbrecher sagt er dann einfach nö das Knie ist völlig zerstört wir müssen sofort unsere Knieoperation kaufen sonst werden sie ein Leiden ohne Ende vor sich haben ein schreckliches Leiden sie werden schon in Kürze riesigste Schmerzen haben denn ihr Knie ist endgültig kaputt so das sagt der Verbrecher ja wenn aber ein Arzt den vorteilbringenden Irrtum im Kopf hat und wirklich diese kleinen Kratzer im Knie wirklich interpretiert als total zerstörtes Knie und das wirklich glaubt dann ist das im Endeffekt doch das gleiche nur dass der Mensch sich keiner schuldbewusst ist dieser Arzt glaubt also ich bin der Retter der Menschheit empfindet sich als Engel und trotzdem operiert diese Leute mit lauter Knie Operationen im Prinzip zu Tode oder zu Schaden um seines Profites Willen letztendlich aber ohne böse Absicht ohne bösen Plan ohne Verschwörung also deswegen wir müssen uns klar sein ein Schwerstverbrecher ist das gleiche im Endeffekt wie einer der sich irrt nur dass der eine der sich irrt natürlich kein Schuldbewusstsein hat und sich und wir dürfen ihm auch das nicht absprechen dass er sich als den Retter der Menschheit empfindet wenn er gerade Schaden anrichtet das ist so und deswegen ist es auch völlig falsch alle Menschen als Verbrecher anzusprechen das ist der Grundfehler als alle Verschwörungstheoretiker sie dürfen nicht nur weil es drei Prozent schwarze Schafe gibt sagen alle sind schwarze Schafe nein wir müssen sie differenziert ansprechen und zwar am besten ist es dass wir sie alle ansprechen dass alle sich irren außer der drei Prozent Ausnahmefachleute die kritisch gegenüber ihren eigenen Spaten stehen und die muss man gezielt hören diese Ausnahmefachleute aber man muss alle anderen außer der drei Prozent Ausnahmefachleute muss man als sich irrende Menschen ansprechen denn wie wollen sie unterscheiden ob jemand ein Verbrecher ist oder ein sich Irrender ist das können sie kaum und das können sie durch nichts unterscheiden deswegen so sehr wir uns ja vielleicht wünschen würden dass Dr. Füllmich und Rechtsanwältin Fischer großen Erfolg mit ihren Klagen haben mögen Aber wie wollen sie in den Kopf von Professor Drosten und ähnlichen Ärzten hineinschauen und dort wirklich beweisen dass es sich um einen kriminalen Plan handelte dieser Beweis dürfte schwer zu erbringen sein denn Herr Drosten wird sagen ja ich kann es ja nicht ausschließen dass ich mich geirrt habe ich habe nie ausgeschlossen dass ich mich geirrt habe aber sie können mich doch nicht verurteilen strafrechtlich verurteilen nur weil ich mich geirrt habe und da wird man ihm nicht widersprechen können also ich fürchte so gut das gemeint ist mit den Klagen ich weiß nicht ob das Erfolg haben kann ja denn jeder dieser Leute wird sich zumindest herausreden auf den Irrtum wenn 100% Schwerverbrecher wären wie muss ich also nach Professor Hans Werner Sinn reformieren dass die trotzdem so wenig wie möglich gewinnen können wie kann ich eine Gesellschaft so bauen dass auch wenn 100% aller Deutschen Schwerverbrecher wären dass sie trotzdem möglichst wenig gewinnen könnten und genau so bauen die next scientists for future .de die Gesellschaft weswegen dann 56% der Wähler begeistert waren nach langer Zeit nach 50 Minuten in Ruhe zuhören und nachdenken schon die unterschiedliche Anzahl von Bezirken in die eine Stadt je nach Sparte und je nach Beruf aufgeteilt wird hilft beim Ziel unterschiedlicher Kunden Gruppen wo dann die Wohlfühlstimmen sozusagen nützlich ausgewertet werden können ja also ich fasse zusammen ich hoffe es ist allen nochmal deutlich geworden ich habe ja schon hunderte Sendungen über die Gefährlichkeit der Irrtümer des Dr. Markus Krall gemacht und jetzt wo auch offensichtlich solche Markus Krall Fans und entsprechende Irrtumsträger überrepräsentiert auch in den neuen Volksparteien oder in der entstehenden Volkspartei überrepräsentiert vorhanden sind genauso wie Links also Linksradikale und Marktradikale überrepräsentiert vorhanden sind in diesen neuen Parteien habe ich jetzt nochmal gewarnt und gesagt Leute schmeißt davon oder Freund verabschiedet freundlich so viele davon wie möglich denn die sind weit über repräsentiert in euren Parteien und die würden dafür sorgen dass die neue Volkspartei keine Volkspartei der Wähler ist sondern eine Volkspartei der Extremgruppen ist und das ist unwählbar also da ich ja euren Wahlerfolg wünsche sozusagen befolgt das Marktradikalismus eines Markus Krall und Linksradikalismus sind die größten Gefahren für euren Wahlerfolg ja ich habe mitgekriegt dass bei wir 2020 EU da ist zum Beispiel in Köln eine Frau die offensichtlich so linksradikal ist dass sie also dass sie sozusagen ihr die bodenständigen Linken von der Next Scientist for Future nicht mehr nicht radikal genug sind nicht naiv genug links sind ja also diese Frau die ist dann wahrscheinlich eine Linksträumerin sozusagen ja die wird vielleicht gar keine die will vielleicht gar keine gewaltsame Revolution und keine Diktatur errichten aber sie möchte gerne die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten der Arbeitsamtssparten der NGO Sparten umgesetzt sehen und damit alle möglichen Träumereien umgesetzt sehen und so weiter ja also ja das war's mit dieser Sonntagspredigt ja das war's mit dieser politischen Variante der wissenschaftlichen Tagesschau heute Tschüssi bis bald